Das nächste Projekt, auf das freue ich mich ganz, ganz, ganz besonders. Ich habe es am Wochenende zum ersten Mal gesehen, also nicht das Projekt, das steht nämlich noch nicht, sondern die Pläne und die ersten 3Ds und natürlich auch Broschüre und so weiter. Und ich war zum ersten Mal auf dem Bauplatz, ich habe den Bauträger zum ersten Mal tatsächlich getroffen, aber wir haben uns vorab schon sehr intensiv ausgetauscht. Ich habe auch schon prüfen lassen über Anwälte und ich kann euch sagen, es ist ein Megaprojekt. Der Bauträger ist sehr, sehr spannend, der ist international recht bekannt, hat viel in anderen Ländern gebaut, ist jetzt aber neu auf einer Zypern, der ist gerade so ein halbes Jahr hier und er hat ein Merkmal, also er will viel bauen im nächsten Jahr, das ist ein großer Bauträger, aber er baut bewusst kleine Boutique-Projekte und zwar maximal ein Stockwerk hoch, also alles Bungalows vom Feinsten und das gefällt mir sehr gut, finde ich ein super Konzept, mal wirklich nicht mal so hoch zu bauen, wie er dürfte. Er dürfte ja zwei Stockwerke. Nein, er sagt, er baut bewusst nur Bungalows. Das finde ich grandios, habe ich sonst noch bei keinem anderen so erfahren. Die bauen ja schon so viel sie dürfen meistens auf eine bestimmte Fläche, weil das Grundstück kostet inzwischen relativ viel Geld. Die Preise von den Grundstücken haben sich in den letzten Jahren, also ich sage mal, wenn sich die Immobilien verdoppelt haben, in der gleichen Zeit haben sich die Grundstücke oft verfünffacht. Also Grundstücke, gute Grundstücke werden halt rar und dann ist es schon eine Besonderheit, wenn da so ein Bauträger daherkommt und sagt, hey, ich baue hier was richtig Cooles und ich baue vor allem gar nicht so viel, wie ich dürfte. Dafür mache ich mir hier einen richtig guten Namen und vor allem hat er jetzt am Anfang, und wir sind im Pre-Sale, auch noch mega geile Preise. Also drei plus eins Bungalows, drei Schlafzimmer, ein Wohnzimmer, ab 349.000 britische Pfund. Auch hier zeige ich euch einmal einen Film. Also hier seht ihr das Objekt, am Berg gelegen, aber relativ hoch, weit genug weg von der Straße, die hört ihr nicht, am Berg gelegen und trotzdem nicht weit zum Meer. Auch nicht weit vom Ascentive Beach, von dem wir gerade gesprochen haben. So sehen sie aus, die Bungalows, beziehungsweise so sieht einer der drei Typen aus. Es gibt drei unterschiedliche. Hier wird es ein bisschen Gartenbereich geben und eine Yoga-Plattform. Das war es auch schon an Facilities, weil es ist ja ein reines Bungalow-Projekt. Da gibt es dann meistens nicht so viele Facilities, aber jeder hat seinen eigenen Pool und vor allem jeder hat eine mega coole Aussicht. Sowohl aufs Meer als auch auf die wunderschönen Berge dahinter. Viel Glas und Naturstein. Diese Natursteine finde ich ganz besonders schön. Das sind diese hellen Natursteine. Sieht super edel aus. Das ist dem Bauträger übrigens auch ganz wichtig, dass er eine ganz hohe Qualität direkt ansetzt. Denn wie gesagt, der ist neu hier und der will sich halt jetzt einen Ruf aufbauen. Auf der Dachterrasse gehört schon eine Küchenzeile mit dazu und ihr habt hier, wie gesagt, super schöne Ausblicke auf das Meer. Das Schmetterling gehört vielleicht auch dazu. Diese Pergolas, diese Überdachung oben gehört auch schon mit dazu. Also im Grunde alles, was ihr hier seht. Das war einmal das Video und jetzt gehen wir ins Detail. Nochmal kurz über den Bauträger. Also auch der hat schon lange Erfahrung, ist 17 Jahre im Baugeschäft, hat schon sehr viel in der Türkei, in Russland, aber auch in den Niederlanden gebaut. Von großen offiziellen Gebäuden, aber auch normale Wohnkomplexe. Baut auch wirklich sehr, sehr teure Sachen. Hat jetzt gerade in der Türkei ein Willenprojekt gelauncht. Da gibt es nichts unter anderthalb Millionen. Also wie gesagt, sehr unterschiedlich, aber alles im Hochpreissegment oder vor allem im Luxussegment. Und das hier ist halt jetzt so ein Einstieg für ihn. Dafür sind die Preise mega cool. Hier seht ihr nochmal den Abstand zum Meer. Nicht weit, aber weit genug, um von dieser Straße hier wegzukommen, um eben diesen Straßenlärm nicht zu hören. Und das Besondere hier rechts, das seht ihr, da geht es richtig schön runter. Das ist eine Ravine. Da kann auch nichts mehr gebaut werden. Also in einer Ravine. Ravines sind meine besten Freunde als Bauverbot. Gut, weil wenn es im Winter, so wie jetzt gerade die letzten drei Tage mal ein bisschen mehr regnet, oder die nächsten drei Tage eher gesagt mit heute, dann muss das Wasser ja irgendwo abfließen. Und dafür lässt man eben diese Ravines. Davor kann im Grunde auch nichts gebaut werden, außer dann eben wieder hier hinter der Straße. Seitlich und dahinter, ja, da kann noch gebaut werden. Hier hinten wird wahrscheinlich der gleiche Bauträger sich irgendwann die Ländereien kaufen. Das ist zumindest sind die schon im Gespräch. Natürlich, aber wie gesagt, nach vorne raus seid ihr da echt safe. Vor allem seid ihr auch sehr, sehr hoch und habt von da aus schon einen super Ausblick. Hier sieht man auch super schön, es gibt Mauern. Und diese Mauern von den drei Reihen, jede Reihe hat eine Mauer. Diese Mauer ist vier Meter hoch. Und die Bungalows sind drei Meter und ein bisschen. Das heißt, du hast einen Bungalow, dann hast du eine Mauer, die ist höher als der Bungalow, der davor steht. Und die zweite Reihe guckt über die erste und die dritte Reihe guckt über die ersten beiden. Also von daher habt ihr wirklich hier von jedem Bungalow eine traumhafte Aussicht. Meine persönlichen Favoriten waren sofort auf den ersten Blick. Ich habe immer das Glück, ich suche mir immer das teuerste aus. Mein Favorit wäre diese hier. Da bist du an der Ravine. Du bist am Ende der Straße. Die Straße kommt von hier unten den Berg hoch. Dann fährt man hier so außenrum. Entweder fährt man dann hier rein für die zweite Reihe. Oder man fährt noch weiter hoch und fährt hier rein. So, das hier hinten ist halt Sackgasse. Das finde ich immer cool. Und dann hast du auch noch hier, wenn du aufs Meer guckst, rechts sozusagen, hast du diese Ravine. Also da geht es so runter. Da kann niemals verbaut werden. Und hier guckst du, über die Bungalows guckst du eh drüber. Aber hier guckst du noch freier, weil da ist eben tiefer gelegt nur diese Yoga-Plattform. Und der Bauträger hat mir zugesagt, von diesem, meinem Liebling, wird es eine Treppe geben hier runter. Sodass, wenn du jetzt zum Yoga möchtest oder hier in diesem Garten reichst, dass du dann nicht hier ganz außenrum laufen musst. Ja, bei denen kann man das auch machen. Da kostet es aber extra. Aber bei diesem hier wird das dazugehören. Also das ist einer meiner Favoriten. Dann finde ich noch die hier vorne ziemlich cool, weil die haben auch einen sehr großen Garten. Hat der da hinten auch. Aber die vorne sind ein bisschen günstiger. Am günstigsten wird es hier hinten in der Mitte. Das sind die für 350. Ich zeige euch aber gleich alle Zahlen, Daten und Fakten. Gut, also wir sind noch auf Plan. Es wird gerade die Straße gebaut als erstes, sodass man da ordentlich rauf und runter fahren kann. Es sind nur 14 Bungalows. Also sehr premiumhaft, sehr exklusiv. Fertigstellung Januar 2026. Auf Anfrage eher möglich. Also wenn jemand sagt, Mensch, das muss aber irgendwie Mitte 2025 fertig sein und kommt jetzt demnächst schon, dann kann man da noch was machen, dass jemand vorgezogen wird, wenn du halt auf einer Baustelle wohnen möchtest. Das ist immer die andere Frage. Insgesamt Fertigstellung Januar 26. Dann, wie gesagt, es gibt verschiedene Typen. Das ist jetzt ein Typ. Viel Glas haben sie alle. Sind aber einfach von der Anordnung ein bisschen unterschiedlich. Das sehen wir gleich auf dem Bild von oben noch ein bisschen besser. Hier haben wir die Dachterrasse. Alles, was ihr hier seht, abgesehen von den Möbeln und den Pflanzen, ist inklusive. Also diese Küchenzeile hier ist mit drin. Dann diese, ja, ich sag mal Pergola-Streifen. Da brauchst du eigentlich auch gar nichts mehr durchzuspannen, weil die sind recht eng. Die werfen dann eh schon Schatten. Das ist auch mit drin. Und du hast eben einen privaten Zugang von deinem privaten Bungalow auf deine private Dachterrasse. Das ist schon sehr, sehr schick und sehr cool. Ja, Gartenbereich hast du natürlich auch. Das ist ja Vorteil vom Bungalow. Da hast du die Dachterrasse und den Garten. Ansonsten, wenn du dir ein Apartment kaufst, hast du entweder das eine oder das andere. Und hier hast du sogar noch den Pool. Und der ist auch im Preis mit drin. Ach so, hier habe ich natürlich gefragt. Kommt denn diese große Palme mit dazu? Ihr kennt ja meine Fragen inzwischen schon. Naja, da kommt eine Palme dazu, aber die ist erst mal klein. Also nur, dass ihr es wisst. Wenn ihr Aufpreis bezahlt, kann natürlich auch schon eine große Palme dazu. Auf jeden Fall finde ich es eine gute Idee, die Palme da durchschauen zu lassen. Ja, dann noch ein paar weitere Impressionen. Auch hier nochmal, wie die Aussicht aussehen wird. Das war jetzt im realen Bild schon. Dann nochmal bei Nacht. Das Ganze natürlich alles schick beleuchtet. Der Bauträger zum Beispiel, dadurch, dass er schon lange zu Gange ist und auch so Luxusgeschichten schon in vielen Ländern gebaut hat, hat ja so ein paar Details, zum Beispiel so beleuchtete Schilder mit seinem Logo. Das sind so Kleinigkeiten, aber am Ende des Tages macht das halt auch so einen Luxuscharakter aus. Oder diese Strahler, dass sie halt so oben und unten strahlen. Meistens hat man die nur in eine Richtung. So kleine Dinge, die am Ende des Tages einfach so ein schönes Gesamtbild machen. Ja, Sonnenuntergang im Sommer hier, im Winter ein Stückchen weiter drüben, manchmal auch hinter den Bergen. Die Sonne wandert so ein bisschen. Und da im Sommer die Sonne ja wesentlich später untergeht, hat man sie im Sommer tatsächlich über dem Meer untergehen. Ja, dann Wende, habe ich auch gesagt. Wieso ist denn die Wand blau? So sagt er, das kann sich der Kunde aussuchen. Also ihr könnt sagen, die Wand soll weiß sein, die soll braun sein, blau, grün, gelb, was auch immer ihr wollt. Das wird tatsächlich dann so entsprechend farblich angepasst. Schöne Natursteine im Bad, auch das ist natürlich wahlweise. Könnt ihr euch aussuchen, die Fliesen. Könnt euch die Farben von den Küchenschränken aussuchen. Die Küchenschränke sind drin, aber die Elektro- und die Klimageräte offiziell nicht, aber wir kommen gleich zu ein paar Bonusgeschichten. Gut, hier seht ihr nochmal von oben die verschiedenen Typen. Schaut mal, diese hier mit dem Querpool, da sind es zwei nur, das sind die B-Villen. Dann haben wir die A oder Bungalows eher gesagt, die A-Varianten, die sind längs angeordnet. Die haben auch den Pool nach vorne ausgerichtet. Und dann haben wir hier vorne D und C, das sind eigentlich die gleichen, die sind nur gespiegelt. D ist genau gleich wie C, nur einmal rüber gespiegelt. Auch sehr pfiffig, dass er den Pool quasi immer nach außen zeigen lässt, sodass du dich nicht mit dem Nachbarn anschaust. Hier, auch wieder mehr Privatsphäre. Also da denkt jemand wirklich mit bei der Gestaltung, sowas mag ich immer gerne. So, die Infos habe ich euch schon fast alle gegeben. Es gibt eine große Terrasse und eine große Dachterrasse, über 100 Quadratmeter insgesamt, also einiges über 100. Drei Schlafzimmer, wie gesagt, zwei Badezimmer. Die reine Wohnfläche, und zwar die Netto-Wohnfläche, sind 100 Quadratmeter. Netto ist aber sehr ungewöhnlich. Für Nordzypern, könnt ihr euch merken, geben die Bauträger eigentlich immer brutto an. Da wird die halbe Wand mit einberechnet. Hier haben wir Netto. Das würde bei den meisten anderen Bauträgern 120 Quadratmeter heißen. Also ist nicht so klein. Und jetzt kommen wir mal zu den Bonus-Geschichten hier ganz unten. Also für meine Kunden, ich bin eine der Ersten, die dieses Projekt jetzt im Pre-Sale hat, kann ich wahlweise die Klima- oder die Elektrogeräte mit dazu anbieten. Könntet ihr euch dann aussuchen, wenn ihr hier zuschlagt. Was es zusätzlich gibt, sind zehnmal Flughafentransfer mit einem WIP-Fahrzeug, Limousine oder so irgendwas. Also wenn ihr dann gekauft habt und dann sagt ihr, hey, jetzt ist das Ganze im Bau oder es ist vielleicht sogar schon fertig dann und ihr wollt euch das anschauen, habt ihr zehnmal den Flughafentransfer frei und zusätzlich drei Nächte im Fünf-Sterne-Hotel. Das gibt es aktuell on top dazu, wenn ihr über mich kauft und wenn ihr eine tatsächlich der ersten seid, die hier zuschlagen, weil es gibt bis jetzt zwei Reservierungen. Eine Reservierung, die seht ihr hier und eine ist verkauft, aber die beiden sind flexibel, hat mir der Bauträger erzählt. Das sind Freunde von ihm, die haben einfach nur per WhatsApp, hat er ihnen von dem Projekt erzählt. Und die kennen den schon lange und wissen, wie cool der baut und haben nur gesagt, ja, reservier uns mal was. Die sind aber flexibel, denen ist es völlig wurscht, die haben noch nicht mal die Pläne gesehen. Die würden überall anders hingehen. Das heißt, es ist eigentlich noch alles verfügbar. Zumindest habt ihr die komplett freie Auswahl. Wie schon gesagt, mein Favorit ist hier rechts oben. Ich bin immer so ein Freund von oben oder halt vorne, aber vorne kommen die Autos vorbei. Das muss man wissen. Da ist jetzt nicht viel Verkehr, sind ja nur 14 Villen. Wir fahren am Tag vielleicht dreimal die Autos vorbei, also drei Autos oder so, weil es ist ja auch nie jeder zur gleichen Zeit da. Aber muss man halt wissen. Und hier hinten hast du halt gar keinen Autoverkehr. Deswegen B2 wäre mein persönlicher Favorit. Wie immer suche ich mir das teuerste aus 459. Also wusste ich natürlich vorher nicht, aber ergibt sich dummerweise immer so. Das Günstigste ist hier oben in der Mitte. Das ist natürlich auch schon ziemlich cool, weil da fährt ja auch nicht mehr viel an Auto vorbei. Und wie gesagt, du guckst über alles andere drüber. Das ist die A4 und die kostet nur 349.000 britische Pfund. Also für eine komplette Villa mit riesen Terrasse, mit einer riesen Dachterrasse. Schau mal, die Dachterrasse alleine hat 125 Quadratmeter. Das ist der Wahnsinn. Der Pool ist auch schon mit dabei und dafür diesen Preis 349.000 ist aktuell relativ einzigartig auf der Inde. Sage ich euch ganz ehrlich. Also wenn jemand ein richtig gutes Schnapper machen möchte, dann meldet euch bei mir und meldet euch möglichst schnell. Hier seht ihr nochmal von unten jetzt hier auch wieder schön mit diesen vier Meter hohen Mauern, wo einer über dem anderen sitzt, dann Zahlungsplan, Reservierung, 4.000 britische Pfund. Dann haben wir das Downpayment, 35 Prozent. Dann geht es weiter nach Baufortschritt. Immer wenn irgendwas fertiggestellt ist, dann zahlst du. Das ist so die sicherste Art der Zahlung. Die meisten Deutschen zahlen nach dieser Art. Deutsche sind ja alle Sicherheitsdenker. Ich auch tatsächlich. Und von daher nennt man das hier auf der Insel manchmal auch, das ist die deutsche Zahlart. Es gibt auch, dass du alle drei Monate oder jeden Monat oder so, hier ist es nach Baufortschritt. Und die letzten fünf Prozent bleiben übrig bis zur Schlüsselübergabe. So, ganz wichtig wieder, ihr Lieben, stellt eine Anfrage. Entweder für dieses Objekt oder auch, wenn euch das überhaupt nicht interessiert, aber ihr generell Interesse an einer Immobilie auf Nordzypern habt, einfach die Anfrage stellen. Kostet euch nichts, außer ein bisschen Zeit. Wenn wir euch ein Dossier schicken, guckt ihr euch das hoffentlich auch an. Und hoffentlich geht ihr mit uns dann erstmal intensiv in den Austausch via Zoom-Call. Dann machen wir eben diese Eins-zu-eins-Gespräche und gehen ins Detail mit Grundrissen und dies und das.